Das Steinhuder Meer ist der größte Binnensee Nordwestdeutschlands und liegt in Niedersachsen, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Hannover. Mit einer Fläche von etwa 29,1 Quadratkilometern und einer durchschnittlichen Tiefe von lediglich 1,35 Metern bietet das Steinhuder Meer sowohl Erholungssuchenden als auch Naturliebhabern vielfältige Möglichkeiten. Die Region rund um das Steinhuder Meer ist ein beliebtes Ausflugsziel und besticht durch ihre malerische Landschaft und das reiche Angebot an Freizeitaktivitäten. Besucher können segeln, surfen, schwimmen oder einfach nur am Ufer entspannen. Besonders attraktiv sind die beiden künstlich angelegten Inseln im See. Die Insel Wilhelmstein, die eine historische Festung beherbergt und die Badeinsel Steinhude, die mit Sandstrand und Bademöglichkeiten lockt. Mit dem Wind und den Wellen bist lebendig wie eh, du erfreust meine Seele, immer wenn ich dich sehe. Das Gefühl zu spüren, mit dir Hand in Hand, du Meer aller Seen. Wie, du gibst allen so viel, ob an ruhigen Ufen, ob auf Booten mit Kiel, ob am Steinhuder Hafen, ob am Kap Salvador. Wir singen die Lieder über Wasser und Moor. Und wir schauen aufs Meer, wenn die Segel im Wind und die Herzen, die fliegen. Und dann gibt's die Flotte, die weiße am Meer. Mit dir fahren die Boote, immer hin und auch her. Von Hannover nach Schaumburg und wieder zurück mit ganz vielen Gästen, die genießen den Blick. Im Wasser, da thront sie, die Insel im Meer. Wilhelmstein ist ihr Name, sie hat Zauber und Leer. Graf Wilhelm von Schaumburg schuf die Zitterdelle. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Steinhuder Meer ein vielseitiges und attraktives Reiseziel ist. Das sowohl für Sport- und Naturfreunde als auch für Kulturinteressierte viel zu bieten hat. Es ist ein Ort, an dem man sowohl aktive als auch erholsame Tage verbringen kann. Und gehört zu den schönsten Naturschutzgebieten Niedersachsens.